Guck mal, was er jetzt gerade im Mund hat. Was ist das denn? Weiß ich nicht, Erde. Ist das Kot? Schön, das hast du gut gemacht. Ich habe mir gestern den Arsch abgefroren und habe jetzt den wärmsten... Oh Gott, worauf sitzt du denn jetzt dann? Ich habe mir was machen lassen. Okay, gut. Ich möchte keine Hoden in meinem Gesicht haben. Ja, aber wenn du dann nur mal da bist, dann zieh dich halt aus, ansonsten geh. Dann gehe ich in Zukunft, egal wo ich hingehe, ziehe ich mich einfach präventiv aus. Nee, das geht nun wieder auch nicht. Der ganze Schwarzwald ist ja wochenlang mit Puderzucker überlegt. Echt? Ich dachte mit Schnee. Nee, es ist Puderzucker. Okay. Magst du das, wenn du so eingecremt bist und dann kommt ein anderer und reibt deinen Körper an mir? Nein, das liegt sehr an der Person, die sich an mir reibt. Oh Gott, das war wirklich... Fuck, das ist gefährlich. Jetzt habe ich gleich zu Beginn einen... Oh Gott, schon. Ich bin nicht so gut am Fahrrad. Entschuldigung. Hier ist der Barbier, glaube ich. Oh, ich würde gerne Barbier nehmen. Ah! Yes. Oh, da war... Dann machst du... Oh Gott, oh Gott! Ah! Yes! Oh Gott, oh Gott! Hallo, wer bist du denn? Wieso frage ich das denn? Du kannst ja gar nicht antworten. Total bescheuere Frage. Ich bin Pierre. Ich sagte einfach, wer ich bin. Ich ziehe mir die Brüste meiner Mutter. Ja. Also von der Temperatur meintens. Ja. Okay. Stimmt. Du hast recht, stimmt. Fickt euch, Senderchef. So, das... Ficken an sich ist ja nichts Schlechtes. Ich war nicht böse gemeint, ich war lieb gemeint. Ja, das war ein liebkosum vom Rheinland. Fickt euch! So, eher nett. So. Kannst du ein Instrument spielen? Boah, sag mal. Mal. Was machen wir jetzt? Ist das Pool-Billiard? Pool, ja. Pool. Und das andere ist Hallenbad? Oder... Was ist der Unterschied? Hast du gesehen, Rainer? Ich hab die über Bande, hab ich die hier reingemacht. Ich hab die Rainer gemacht. Mh. Power-Schaum mit Schaumlanze. Yes. Mh. Und danach waschen wir das Auto. Hyäne. Hyä... Hyäne. Hyäne? Ja, wegen der Hyäne-Maßnahmen, die man jetzt überall hat. Oh Mann ey. Ich weiß es. Achtung, Zwerg. Oh mein Gott. Scheiße. Fuck, du hast nicht gesagt, dass hier Zwerge sind. Ja, ich wusste es nicht. Entschuldigung. Sorry. Ups. Die Pakete kommen. Oh. Oh. Der hat Gleitmittel da drauf. Siehste, und dann kommt er auch noch mit Gleitmittel. Früher hab ich jetzt mit Gleitmittel. Ich hätte da früher, aber heute... Nee. Sag ich einfach nur... Gummi braucht... Oh. So. Witzwein! Das war toll. Vielen Dank. Ich danke dir. In welche Richtung bist du jetzt fahren? Das geht dich ein Scheißdreck an. So. Machst du bei dir auch? Und dann können wir so, als hätten wir Blutsbrüderschaft gemacht, so machen. Ja. Jetzt sind wir freundliches Leben. Aber jetzt sind wir wirklich Freunde. Das gilt auch. Weil das macht nicht jeder. Durch meinen Körper geht jetzt auch irgendwas. Oh, durch meinen Auff... Durch meinen Auff... Gut. Vielen Dank.